Was geht ab WK Sport Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. No Time MMA Freunde. UFC Präsident Dana White hat erklärt, dass die Fans in diesem Sommer vielleicht endlich das lang erwartete Schwergewichtsdebüt von Jon Jones erleben werden, wobei der ehemalige Champion Stipe Miocic als nächster Gegner für Jon Jones und als erster Gegner für ihn im Schwergewicht einfach bekannt gemacht wurde. Und ja, Jon Jones hat auch schon vor ein paar Wochen gesagt, er bereitet sich vor auf einen Kampf im Juni oder Juli, ja, auf jeden Fall in diesem Sommer, um dann endlich wieder zurückzukommen nach mehr als zwei Jahren. Und das auf spektakuläre Weise im Schwergewicht mit einem neuen Körper, mit einem neuen Gameplan, mit einem neuen Stil. Das wird einfach ein neuer Jon Jones, der sich jetzt ewig lange darauf vorbereitet hat, endlich im Schwergewicht zu performen. Er hat seit 2020 nicht mehr in der UFC gekämpft, als er Dominic Reyes durch eine umstrittene Entscheidung besiegt hat. Und kurz darauf gab Jon Jones bekannt, dass er seinen Titel in der Gewitzklasse 205 zugunsten eines Wechsels in eine höhere Gewitzklasse aufgeben würde, weil er die Schwergewitzklasse erobern will und dort alles reizen will und Pound-for-Pound Nummer 1 in der UFC werden will. Da das Jahr 2022 nun aber in greifbarer Nähe gerückt ist, steht er auf jeden Fall immer noch da, ohne einen Kampf. Jetzt hat UFC-Präsident Dana White eine Rückkehr des ehemaligen Champions im Sommer aufgegriffen und gesagt in einem Interview, dass die Leute schon mehrmals darüber gesprochen haben, wie großartig eine Fightcard im Sommer ist. Und ich habe neulich jemandem erzählt, dass unsere Aufstellung für diesen Sommer an Kämpfen wirklich einfach nur krass und unglaublich bedeutsam und wirklich einfach nur mega für die UFC ist. Ich hoffe, dass Jon Jones in diesem Sommer ein Teil des Programms sein wird und sich auch mit mir einigen kann finanziell auf die Frage nach einem möglichen Gegner, sagte der UFC-Präsident Dana White lediglich, weil der Interviewer ihn gefragt hat, ja was sehen wir? Nganu, Cyril Ghan, Stipe ist auch da oben, da sind jetzt auch Tom Aspinel und Taitui Wasser ebenfalls am Start. Er sagte jetzt hier ganz klar und deutlich, ja, Stipe Miocic macht Sinn. Und das ist unermal geil, wir wissen alle, Stipe Miocic hatte jetzt die Trilogie mit Daniel Cormier in den letzten Jahren, hatte zwei Kämpfe mit Francis Ngannou und jetzt wird Stipe Miocic endlich gegen Jon Jones kämpfen, ja, also ist wirklich der legitime Gegner im Schwergewicht, den Jon Jones einfach braucht, um wirklich zu fühlen, wie die High-Competition im Schwergewicht aussieht, weil viele sagen, hey, Stipe Miocic ist der Schwergewichts-Gold, wenn Jon Jones ihn auch so brutal weghauen kann und schnell finischen kann, weiß man wirklich, dass er bereit ist fürs Schwergewicht und ein Kampf gegen Francis Ngannou einfach nur mega spannend sein könnte. Als Jon Jones ursprünglich ankündigte, dass er das Gewicht erhöhen würde, war dies mit der Bedingung verbunden, dass er für einen Kampf um den Gürtel antreten würde. Das bedeutet auch, dass die UFC höchstwahrscheinlich hier einen Interims-Titelkampf auf die Beine stellen wird, Jon Jones gegen Stipe Miocic, ne, und der Gewinner dieses Kampfes wird dann gegen Francis Ngannou kämpfen. Also Stipe bekommt entweder die Trilogie oder Jon Jones bekommt den Superkampf gegen Francis Ngannou, wo beide, denke ich, richtig, richtig saftig verdient werden. Ich bin gespannt drauf, schreibt mal auch mal in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei No Time in May.